hier nicht kaputt machen also das nennt man Tempest Gerät das bedeutet sie fahren das was sie fahren wollen da fahren sie hin dann drücken sie hier ist so eine Windows Taste drücken sie drauf und dann geht dieses Gerät an und dann farmt es für sie der einzige Nachteil ist es braucht Benzin ja, jetzt leih ich ihnen wo kann ich ihnen das denn gleich zurückgeben wenn ich die Insel verlasse gar nicht, können sie irgendwo stehen lassen schlüssel haben sie einsteigen können sie fahren können sie auch super ja Das war's für heute. Das war's für heute.